Musik Bogenschießen, hier kein Sport, keine militärische Übung, auch kein ästhetisches Vergnügen, es dient keinem nützlichen Zweck. Wozu betreibt man es dann? Musik Zur Schulung des Geistes, um ein klares, helles Bewusstsein zu erreichen. Dafür soll die Schützin sich selber vergessen lernen, absichtslos verweilen, bis es schießt. Höchste Anspannung, innere Ruhe, konzentrierte Geistesgegenwart. Wer hat die Kunst des sich Versenkens, sich Selbstvergessens zuerst gelehrt? Kein Psychologe unserer Zeit, sondern vor zweieinhalbtausend Jahren der Buddha. Auch der Hinduismus ist organisch gewachsen, ein träge Wiedergang des dahinfließenden Strom. Aber da gibt es in der religiösen Geschichte der Menschheit Momente, da steigt eine geistesmächtige Gestalt in den Strom einer Religion und lenkt ihn in eine neue Richtung durch Wort, Tat und Geschick. Eine geistige Revolution, sie führt nicht nur zu einer neuen Konstellation, einem Paradigma innerhalb der einen und selben Religion, nein, sie führt zu einer neuen Religion, hier im Zeichen des Lotos. Eine solche epochale Orientierungsgestalt, es gibt in der langen Geschichte der Menschheit kaum ein halbes Dutzend, ist Gautama, genannt der Buddha. Das heißt, der Erwachte, der Erleuchtete, verehrt von Ungezählten in aller Welt. Neben Christus die am häufigsten künstlerisch dargestellte Gestalt dieser Erde. Eine Buddha-Statue gab es hier in Bodgaya wie in anderen buddhistischen Gedenkstätten lange Zeit nicht. Nur ein steinerner Fußabdruck, auch stark stilisiert, wird hier verehrt. Die Person des Buddha hat man am Anfang nicht dargestellt, sondern nur in Symbolen angedeutet. Der selber hatte ja die Menschen von seiner Person weggewiesen auf seine Lehre. Und deswegen heißt die Bekenntnisformel der Buddhisten bis heute, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha, ich nehme meine Zuflucht zur Lehre, zum Dharma und ich nehme meine Zuflucht zur Münksgemeinschaft, zum Sangha. Man könnte auch im Christentum ganz ähnlich formulieren, ich nehme meine Zuflucht, oder besser, ich glaube an Jesus Christus, seine Lehre, das Evangelium, die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche. Es war der Buddha, der von den Höhen des Himalaya bis hinunter nach Indonesien oder nach China und Japan, für hunderte von Millionen Menschen, als der große Lehrer, unübertroffen, sagt man bis heute, den Lebensweg zeigte, das woran man sich halten kann. Und so ist es denn nicht überraschend, dass schon die allererste Notiz im Christentum vom Buddha ums Jahr 200 in Alexandrien vermerkt, es gibt in Indien Menschen, die den Geboten des Buddha folgen und ihn wie einen Gott verehren. Das allerdings hätte der Buddha selber zu seinen Lebzeiten, wie ja auch Jesus von Nazareth von sich gewiesen. Nicht um abgehobene Spekulationen geht es ursprünglich im Buddhismus, vielmehr um die Bewältigung der Realitäten des Lebens. Und diese Realitäten erfuhr damals der reiche, früh verheiratete Fürstensohn, Siddhartha Gautama, als er sich der Legende nach zum ersten Mal aus dem Palastbereich ins Land fahren ließ. Hier war er konfrontiert mit all dem Leid der Welt, dem Menschen nun einmal ausgesetzt, unausweichlich. Jeder Mensch wird nun einmal alt. Jeder Mensch wird nun einmal krank. Jeder Mensch wird nun einmal sterben. Es ist das Grundproblem allen menschlichen Daseins. Nichts im Leben ist stabil, alles ist von anderem abhängig, alles veränderlich und vergänglich, alles letztendlich leidvoll. Zur Wende kommt es in Gautamas Leben durch die Begegnung mit einem Bettelmünge. Sein eigenes privilegiertes Leben erscheint ihm auf einmal sinnlos, wird ihm unerträglich. Eines Tages, kurz nach der Geburt seines Sohnes, erklärt sich Siddhartha seiner jungen Frau. Er verlässt seine Familie. Er verzichtet auf die Herrschaft. Ja, er geht weg aus seiner Heimat, der Adelsrepublik seiner Familie, der Shakyas, an der indisch-neparesischen Grenze. Shakya Muni wird er später genannt, Weiser aus der Shakya-Familie. Er ist jetzt 29 Jahre alt. Im Gewand des Asketen zieht er Arm in die Heimatlosigkeit, um als Mönch endgültige Erlösung vom Leiden zu finden. Verschiedenen Wander-Asketen schließt er sich an ohne Erfolg. Allein übte er sich dann in geradezu lebensgefährlichem Fasten und Entsagen. Vergebens. Nach sechs Jahren gibt er die überstrenge Asthese auf, verliert seine Schüler, zieht sich an einen Fluss zurück und übt sich in Meditation. Unter einem Baum erfährt er nach langer Zeit in tiefer Versenkung endlich, endlich die ersehnte Erleuchtung, Erlösung, Befreiung. So ist Siddhartha zum Buddha, zum Erwachten, zum Erleuchteten geworden. Antwort hat er jetzt auf die vier Urfragen, was das Leiden ist, wie es entsteht, wie es überwunden werden kann und welches der Weg ist, dies zu erreichen. Das ist von jetzt ab seine Botschaft, in diesen vier edlen Wahrheiten ist alles zusammengefasst. Solches also geschah vor rund zweieinhalbtausend Jahren im heutigen Bundesstaat Bihar beim Städtchen Uruvela. Deshalb nennt man diesen Baum hier, ein Nachkomme des ursprünglichen Feigenbaumes, dem Bodhi-Baum, dem Baum der Erleuchtung. Und Uruvela Bodh Gaya. Es ist nach Siddhartha's Geburtsort Lumbini die zweite große Gedächtnisstätte des Buddhismus. Eine neue Religion, in der Tat, denn die Grundlagen der alten indischen Religion werden verworfen. Die Autorität der Veden und damit die Herrschaft der Brahmanen und die blutigen Opfer. Stattdessen Vergeistigung, Verinnerlichung, Versenkung. Der Buddha ist zwar diesen Weg aus eigener Kraft gegangen und doch ist sein Erwachen keine Selbsterlösung, vom Menschen nicht herbeizwingbar. Allerdings auch kein Gottesgeschenk existiert doch für den Buddha kein allmächtiger Schöpfergott. In Dankbarkeit haben Buddhisten diesen Ursprungsort des Buddhismus als heiligen Bezirk abgegrenzt und Diamantenthron genannt. Schon früh wurde hier ein Tempel gebaut, der Mahabodhi-Tempel, der Tempel des großen Erwachens. Von Tempeln, Ritualen und Zeremonien hält der Buddha freilich nichts. Von Göttern und Dämonen auch nicht viel. Die Frage nach einem letzten Urgrund der Welt will er unbeantwortet lassen. Wer von einem vergifteten Pfeil getroffen sei, sagt, er soll sich nicht zuerst nach dem Schützen erkundigen, sondern unverzüglich seine Munde von einem fähigen Arzt behandeln lassen. Hier im Gazellenhain von Sarnath vor den Toren Varanasis trifft der Buddha fünf Wanderasketen, die ihn früher verlassen hatten. Jetzt aber seine ersten Gefolgsleute werden. Sie bilden den Kern der Münchsgemeinde, der Sangha. Deshalb ist hier die dritte große Gedächtnisstätte des Buddhismus. Hier hat der Buddha das Rad der Lehre, das Dharma, in Bewegung gesetzt. Nach 45 Jahren Lehren stirbt der Buddha Gautama 18-jährig im nepalesischen Kusinagara an einer Lebensmittelvergiftung. Und dort gibt es die vierte große buddhistische Gedenkstätte. Der Buddha war damit in die endgültige Erlösung eingegangen, in das Pari Nirvana ohne Wiedergeburt. Ein Nachfolger oder Stellvertreter hat er nicht eingesetzt. Seine Jünger sollen sich an den Dharma halten, ihn aber niemandem auftränkt. Man hat vielfach behauptet, der Buddhismus sei eigentlich gar keine Religion, sondern eine Philosophie. Aber eine Philosophie ist der Buddhismus gerade nicht. Er will keine Welterklärung bieten. Er ist Religion, er ist Heilslehre und Heilsweg. Und tatsächlich hat der Buddha sich so verstanden, so etwas wie ein Arzt, der dem leidenden Menschen helfen will, eine Befreiung und Erlösung zu finden. Ein Heilsmittel allerdings, das jeder selber ausprobieren muss. Insofern ist er so etwas wie ein Psychotherapeut heute, der dem Menschen hilft, die Lebenskrisen zu überwinden, das Leid zu bewältigen, sich mit seiner Beschränktheit, Endlichkeit, Sterblichkeit abzufinden. Aber der Buddha ist mehr als ein Psychotherapeut. Er ist radikaler. Er hat selber in der Erleuchtung erfahren, dass der Mensch, wenn er alles durchschaut, doch erkennen kann, dass alles das, was er so sieht, nicht stabil ist, dass nichts in der Welt Bestand hat, alles veränderlich ist. Ja, dass sogar sein eigenes Ich, an das er sich so klammert, im Grunde keine bleibende Substanz hat, sondern ebenso vergänglich ist. Das Leiden also, von dem der Mensch zu kurieren ist, ist gerade dieses Hängen an seinem eigenen Ich. Er soll durch die Therapie des Buddha lernen, sich von seinem eigenen Ich freizumachen. Er soll den Weg finden von der Ich-Bezogenheit und Ich-Verflochtenheit zu einer Selbstlosigkeit, zu einer Selbstlosigkeit, die ihn dann freimacht für ein allumfassendes Mitleid. Das ist etwas, was eigentlich auch dem Christen nicht so ganz fern sein sollte. Buddhas Botschaft will nicht auf ein Jenseits vergrößen, sondern hier im weltlichen Alltag gelebt werden. Seine vier eben Wahrheiten sollen helfen, das Leben zu durchschauen und zu bewältigen. Erstens, was ist das Leiden? Das Leben selbst ist Leiden. Geburt, Arbeit, Trennung, Alter, Krankheit, Tod. Zweitens, wie entsteht das Leiden? Durch Lebensdurst, Haften an Dingen, Gier, Hass und Verblendung, was Wiedergeburt zur Folge hat. Drittens, wie kann das Leiden überwunden werden? Durch Aufgeben des Begehrens. Nur so wird neues Karman die Folge von guten wie bösen Taten vermieden. Und viertens, auf welchem Weg soll dies erreicht werden? Auf dem Weg der vernünftigen Mitte. Der achtfache Pfad zum Nirwana. Rechte Erkenntnis und Gesinnung. Rechtes Reden, Handeln, Leben. Rechte Anstrengung, Achtsamkeit, Sammlung. In Indien ist das Mönchtum eine uralte Einrichtung. Im Christentum eine relativ späte. Zuerst waren auch die buddhistischen Mönke Eremitten und Wandermönke. Erst später lebten sie in Klöstern. Wie heutzutage hier am Fuß des Himalaya in Dharamsala, der indischen Exilresidenz des Dalai Lama und seiner tibetischen Mönke. Wie in christlichen Klöstern kommen die Mönche schon früh zur Morgenandacht. Statt Kniebeugen, das sich niederwerfen und berühren des Bodens mit der Stirn, zeichnen tiefster Verehrung. Anstelle von Gebeten, die einen allmächtigen Schöpfergott voraussetzen, rezitiert man in dunklen rhythmischen Gesang Sutras und Mantras, überzeugt von der magischen Wirksamkeit heiliger Worte und Formen, für alle möglichen Belange, besonders zur Beschwichtigung und Verbannung der Dämonen. Angerufen werden auch im Buddhismus sehr oft alle Heiligen, das ganze buddhistische Pantheon. Der Buddha, Bodhisattvas und große Gurus für die Tibeter, auch der Dalai Lama. Singen und rezitieren in Gemeinschaft lassen das Ego zurücktreten, ja vergessen. Buddhistisches und christliches Mönchtum zeigen viele Ähnlichkeiten, äußerliche wie uniforme Ordenstracht und sonores Psalmodieren, aber auch Ähnlichkeiten in der Grundstruktur, denn beide fordern Absonderung von der Welt, beide verlangen Besitzlosigkeit und geschlechtliche Enthaltsamkeit, beide leben streng nach einer Regel mit Geboten und Verboten, Bußkatalogen und Beichten. Allerdings steht das Mönchtum im Christentum am Rande. Im Buddhismus dagegen bildet es das Zentrum. Wer im frühen Buddhismus den Erlösungsweg beschreiten und sich aus der Welt zurückziehen wollte, trat dem Sangha bei. Aber nicht jeder kann und will die fünf besonderen Gebote für Münchst und Witzen auf sich nehmen und die sind seit Buddhas Zeiten nur einmal täglich essen, Vergnügungen meiden, kein Schmuck und Parfums, kein luxuriöses Bett oder Stuhl, kein Geld für sich selber. Und erst recht will nicht jeder die über 220 Regeln für die Mönche selber auf sich nehmen. Vom gläubigen Buddhisten hört kaum jemand so verehrt wie die Mönche des virtuellen Lehrers, durch ihr Gewand deutlich unterschiedlich. Der Buddhismus lehnt zwar einen Schöpfergott ab, doch überall hat er sich mit der Volksreligion und deren Göttern verbunden. So mit Tibets alter magischer Bonn-Religion. Von daher die handlichen und großen Gebetsmühlen, welche die Gebete wiederholen sollen. Schon mit sechs oder sieben Jahren kann ein Kind in die Klosterschule aufgenommen werden. Dies bedeutet ein großes Verdienst und auch eine Ehre für die Eltern. Dem Kind ist eine gute klösterliche Bildung garantiert. Die Novizen lernen die heiligen Texte auswendig aus Büchern in breiter Form, mit Holzmatrizen bedruckt, wie im alten China üblich. Aber die Schüler erhalten im Kloster auch Englischunterricht. Manche Kontakte für das spätere Leben werden hier grundgelegt. Nützlich, auch wenn einer nach der Schulausbildung nicht als Novize im Kloster bleibt. Die Mönche schenken dem Volk den Dharma, Buddhas Lehre, und stehen für häusliche Zeremonien zur Verfügung. Heirat, Totenfeier, Segen eines neuen Hauses oder wie hier eine neue Wohnung. Da rezitieren sie aus den heiligen Schriften, was Haus und Familie Segen bringen soll. Zahllose, allüberall gegenwärtige, unheilvolle Geister müssen durch hallende Bassgesänge, aber auch durch Musik und Lärm beschwichtigt oder verbannt werden. Selbst mächtige Naturgötter, Berg-, Sturm- und Hagelgötter können damit Beschwörungen und Opfergaben versöhnt werden. Im Gegenzug steht es den Mönchen zu, vom Volk Speisen, Geld und Geschenke zu empfangen. Opfergaben aus Jagdbutter spielen eine große Rolle. Der Übergang zwischen Mönchsgemeinde und Laiengemeinde ist im Buddhismus sehr viel leichter als im Christentum. Mönke und Nonnen, und Buddha schließlich zugelassen, können jederzeit aus dem Kloster austreten und auch wieder eintreten. Im Zentrum des buddhistischen Mönchslebens steht die Meditation. Zur Einübung der Achtsamkeit wurde schon vom Buddha selber die Beobachtung des eigenen Atems empfohlen. Auch ein Bild kann helfen, die Aufmerksamkeit des Meditierenden zu bündeln. Vor allem die Mönche Tibets verstehen es in verschiedenster Gestalt Meditationsbilder herzustellen, Mandalas. Hier schichtet der Abt des Klosters und der Anrufungen vier Schalen von Steinen und anderen Gegenständen aufeinander, ein Symbol des Kosmos mit Sonne, Mond, Kontinenten, Meeren und das Zentrum der Weltenberg-Meerung, Wohnort der Götter. Das ganze Universum wird den Buddhas, Gottheiten und Gurus dargebracht, zum Heil aller Lebewesen, damit sie erfüllt werden mögen mit liebendem Mitgefühl. Der Abt konzentriert seine Gedanken auf bestimmte Aspekte des Mandala und vertieft sich darin. In langen Jahren der Übung hat er es gelernt, Farben, Formen und Gestalten in endlosen Reihen zu verknüpfen und alle möglichen Symbole zu assoziieren. Das Leben im Sangha umfasst auch das gründliche Studium und Debattieren der Heiligen Schriften. Doch die Studenten sollen den Dharma auch praktizieren und, wenn sie nicht das kontemplative Leben wählen, ihn an andere weitergeben. Während der Debatten sitzt der Prüfling, der Prüfer aber im Ausfallschritt, wirft ihm die Frage zu und beendet sie jedes Mal mit lautem Klatschen. So werden Dialektik und Rhetorik gelernt aus schnelles analytisches Denken und rhetorische Überzeugungskraft. Der Buddhist bekennt sich zum Buddha, zum Dharma, zum Sangha, zur Gemeinschaft der Mönche, aber die buddhistische Gemeinschaft bestand von Anfang an aus Mönchen und Laien. Die Laien sind allerdings nicht festgelegt auf die 220 Gebote oder Verbote der Mönche, sondern nur auf den Anfang, die ersten Stufen des achtfachen Pfades. Zu denen gehören die elementaren ethischen Verpflichtungen, fünf an der Zahl. Nur heißt es im Buddhismus nicht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht, nicht, sondern da sind es Selbstverpflichtungen, ich gelobe, mich des Tötens zu enthalten. Die fünfte dieser Verpflichtungen ist spezifisch buddhistisch, sie ist nicht unbedingt in allen Texten da, wird auch nicht immer rigoros eingehalten, sich nämlich der rauschhaften Getränke zu enthalten. Aber die anderen vier, das sind die vier ethischen Grundforderungen, die ein jeder Mensch einhalten sollte, die wir keimhaft schon bei den Naturreligionen finden, ja die Leute als die vier elementaren Grundforderungen für ein gemeinsames Menschheitsethos, ein Weltethos erkannt werden, nämlich nicht zu töten, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, sich sexueller Ausschweifungen zu enthalten. Und so ist es denn kein Zufall, dass es gerade der Dalai Lama war, der 1993 beim Parlament der Weltreligion in Chicago als Erster die Erklärung zu einem Weltethos unterschrieben und auch nachher feierlich proklamiert hat, diese Erklärung ist auf diesen vier ethischen Grundforderungen aufgebaut. Die erste Mönchsgemeinde benötigte keine Tempel- und Klosterbauten, nur Gedenkstätten für große Verstorbene pflegt man von Anfang an. Der halbkugelige Grabhügel, der Stutpa, wird zur typisch buddhistischen Architektur. Unterdessen zeichnet sich ein erster großer Paradigmenwechsel ab, von der Elite-Religion der Urgemeinde zur Massenreligion buddhistischer Staaten. Zentral dabei Kaiser Ashoka, Begründer des ersten indischen Großreiches. Hier in Sanchi hat er den ursprünglichen Stupa errichtet, ein Zeichen für den Wandel des Buddhismus zur Staats- und Kultreligion. Ashoka, eine Art buddhistischer Kaiser Konstantin. Der Torbogen zeigt, wie Kaiser Ashoka den Bodibaum besucht. Er will nicht mehr durch das Schwert, sondern durch den Dharma die Welt regieren. So ist er für viele das Idealbild eines buddhistischen Herrschers. Auch hier in Sanchi lässt er grundsätzliche buddhistische Ethik durch Ethik-Säulen verkünden. Sie gehören zu den ältesten monumentalen Zeugnissen indischer Kunst. Die Religion der Weltentsagung wird jetzt zu einer Macht politischer Weltveränderung und Weltgestaltung. Die Staatsführung fördert den Sangha und der Sangha stützt die Staatsführung. Bis heute, nicht ohne Grund, hat man von Burma, Thailand und Sri Lanka aus buddhistischen Kirchenstaaten gesprochen. Der Buddha aber wird hier noch nicht in menschlicher Gestalt dargestellt. Für ihn stehen Symbole, Stupa, Bodibaum und vor allem das Rad der Lehre. Mehrere hundert Jahre war sie nicht in einem verbindlichen Kanon zusammengefasst. Gegensätzliche Interpretationen häuften sich. Und auch den buddhistischen Konzilien gelingt es nicht, die Kontroversen zu bereinigen. Eine Spaltung seindet sich ab zwischen der Schule der Älteren, den späteren Theravada-Buddhisten und der Mehrheit, aus der sich später der Mahayana-Buddhismus entwickelt. Man spricht vom Buddhismus des kleinen und großen Fahrzeugs. Leibliche Buddha-Darstellungen gibt es erst Jahrhunderte später, vor allem unter dem Einfluss der alten Gandhara-Kunstschule im Indus-Tal. Schon um 250 vor Christus hat sich der Buddhismus des kleinen Fahrzeugs vor allem auf dem Seeweg ausgebreitet, auf eine Südroute nach Sri Lanka, Burma, Thailand, Kambodscha und Laos bis nach Indonesien. In den Theravada-Ländern entsteht so etwas wie ein buddhistisches Mittelalter. Überall baut man zahllose Stupas als verdienstliche Werke. Aber der Buddhismus hat sich unterdessen auch zu Land ausgebreitet, auf einer Nordroute, schon im ersten Jahrhundert nach Christus über die Seidenstraße nach Zentralasien und China, dann im vierten Jahrhundert nach Korea und von dort schließlich ab dem sechsten Jahrhundert auch nach Japan. Wir sind hier beim grossen buddhistischen Herbstfest in der alten japanischen Kaiserstadt Nara, beim rüben Dodaji-Tempel. In grosser Zahl kommen da Mönche aus Japan, aus China, Tibet und Korea. Eine höchst farbenprächtige, aber auch höchst zeremonielle und klerikale Versammlung. Auch die japanischen Buddhisten gehören zum Mahayana, zum grossen Fahrzeug, das möglichst vielen möglichst bald die Überfahrt zur Nirwana ermöglichen soll. Vom ersten bis zum fünften nachchristlichen Jahrhundert war es ja in der Tat zu einer zweiten Drehung des Rades der Lehre gekommen, zu einer Neuformulierung der Lehre von Buddha, Dharma und Sangha. Zur Rechtfertigung versucht man jetzt, den Theravada-Buddhismus der traditionellen Münchsgemeinde als geringeres, kleines Fahrzeug zu diskreditieren. Sein Schriftkanon sei unvollständig, es sei jetzt an der Zeit des Buddhas tiefere Lehren zu verkünden, die zur Vollkommenheit der Erkenntnis führten. Hierbei stützt sich das Mahayana auf neue Sutras, die man dem Buddha zuschreibt und die das wahre Wesen des Buddhismus ausdrücken sollen. Im kleinen Fahrzeug war das Ideal der mönchische Heilige, der Arhat, der das Heil nur für sich erlangt. Im großen Fahrzeug gilt nun das Ideal des menschenfreundlichen Erleuchtungswesens, das Bodhisattva, der sich vor dem Eingang ins Nirwana selbstlos um die Erlösung anderer bemüht. Aus der Mönchsreligion wird so immer mehr eine Laienreligion, die auch Nicht-Mönchen, auch den Frauen die Erleuchtung verspricht. Allerdings haben sich im Mahayana geradezu hochkirchliche Mönchshierarchien gebildet mit feierlichen Titeln und kostbaren Gewändern. Denn höheren Mönchen begegnet man dem Volk ebenso unterwürfig wie manchen christlichen Hierarchen. Und da rezitieren sie nun von den großen Buddha-Sittras und singen ihre Anrufungen. Da haben die Laien viel zu staunen, aber leider nichts zu sagen. Man fragt sich natürlich, wenn man so eine gewaltige Zeremonie anschaut, vom Buddhisten aus ganz Ostasien, was das alles noch mit dem ursprünglichen Buddhismus zu tun hat. Aber als Christ sollte man etwas vorsichtig sein, denn man kann natürlich auch bei einer großen Bischofsprozession, römischen Manifestation sich fragen, was das alles mit dem ursprünglichen Jesus von Nazareth zu tun hat. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass sich eben jede dieser beiden Religionen entwickelt hat, dass so etwas wie ein Wechsel der gesamten Konstellation stattgefunden hat. Wir nennen das heute Paradigmenwechsel. Überall wurden neue Elemente aufgenommen. Aus der Elite-Religion ist eine Massenreligion geworden. Es sind viele Leute, das muss organisiert sein, in irgendeiner Form. Es gab eine Zweiklassenreligion, wie man es ja hier sieht. Der Klerus sind hier die Mönke. Die haben alles Entscheidende zu bestimmen. Die anderen gehören einfach mal dazu. Die unterstützen das, bezahlen das auch. Es ist ähnlich wie im Christentum. Wer hier verehrt wird, der große Buddha von Nara, die große Bronzestatue der Welt, ist merkwürdigerweise nicht der Buddha Gautama, sondern ein anderer, ewiger Buddha. Schon auf Kaiser Ashokas Konzil wurde darüber diskutiert, ob der Buddha ein menschliches oder ein das menschliche übersteigertes, ewiges Wesen sei. Schon nach dem kleinen Fahrzeug hat Buddha Gautama zahlreiche frühere Geburten durchgemacht, aber dem Mahayana zufolge gab es schon vor dem Buddha Gautama drei andere, überweltlich ewige Buddhas. Hier der erste, höchste kosmische Buddha, Vajrojana. Mit dem Ur-Buddha identisch personifiziert er das Absolute. Nein, dieser Buddhismus ist alles andere als atheistisch. Schon 794 war Japans Hauptstadt von Nara nach Kyoto verlegt worden. Kyoto, Schatzhaus der japanischen Kultur, heute mit anderthalb Millionen, eine typisch moderne Großstadt. Die Moderne hat in Japan schon im 19. Jahrhundert Einzug gehalten, mit Industrialisierung, aber auch Säkularisierung und Verwestigung aller Lebensbereiche. Nicht die Mönchsrobe bestimmt heute das Stadtbild, sondern Handys, Elektronik und Autos, Massenverkehr und neue Gebäude. Der Buddhismus hat in Japan zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert eine Periode des Niedergangs erlebt, aber im 20. Jahrhundert entwickelt er eine Erneuerungsbewegung, die auch im Shinto, Japans traditioneller Naturreligion, manche Gruppen erfasst hat. Und so gibt es auch in unseren Tagen religiös motivierte Menschen, die sich nicht scheuen, durch die Massen zu gehen und mit Klanghölzern auf ihre Botschaft aufmerksam zu machen. Feuer, Wasser, Wind, das ist der eine Gott. Ja, welche Zukunft hat die Religion in Japan heute? Auf welche Stimme hört die junge Generation? Wie weit wird sich der Buddhismus durchsetzen? Und welche der drei buddhistischen Optionen hat am meisten Zukunft? Der Meditationsbuddhismus des Zen oder der Glaubensbuddhismus des Shin oder der sozialpolitische Buddhismus eines Nitschireen? Zen, so schreibt sich das Wort in japanischer Kalligrafie. Zen ist deshalb für viele Japaner attraktiv, weil hier Religion und Kunst eine innige Verbindung eingegangen sind. Schön schreiben, Ikebana, das Blumenstecken, Sado, die Tee-Zeremonie, das alles hat mit Zen zu tun. Wir streben nach Ehrfurcht, Harmonie, Stille und innerer Vollendung. Aber dass man in ein Zen-Kloster aufgenommen wird, ist nicht selbstverständlich, sondern rituell streng geregelt. Der Anwärter hat seine Bitte, um Aufnahme schriftlich niederzulegen und vor der Eingangstür zu deponieren. Mehrfach bittet der Lautrufend um Aufnahme ins Kloster. Doch er vernimmt aus dem Raum hinter der Tür zuerst eine negative Antwort. Es gibt keinen Platz in diesem Kloster, es gibt in Kyoto noch andere Kloster. Auch das ist ein Teil eines durchdachten Rituals. Schließlich wird der Kandidat doch aufgenommen. Wer als Mensch in der modernen Welt Wert legt auf religiöse Konzentration, Verinnerlichung, die unmittelbare Erfahrung des Herzens, der kann dies alles am besten im Meditationsbuddhismus finden. Zen meint Sammlung Versunkenheit. Als Königsweg zur Erleuchtung wird Saatsinn geübt, ein absichtsloses Sitzen in Versunkenheit, bei dem das eigene Atmen, das mich von Augenblick zu Augenblick trägt, beobachtet wird, um zur inneren Sammlung, zur Läuterung der Gedanken, zum Leerwerden des Geistes zu gelangen. Du findest die traditionelle Verehrung des Buddha vielleicht überzogen? Du kannst im Senden ursprünglichem Buddha den Lehrer und Wegweiser erneut ernst nehmen. Du bist der Quellen Äußerlichkeiten der Bilder, Tempel, aber auch der philosophischen Abstraktionen überdrüssig? Du kannst im Zen eine Rückkehr zur einfachen Lehre und Meditationspraxis vollziehen. Du lehnst alle kirchenartige Versteinerung und allen bonzenhaften Klerikalismus des traditionellen Buddhismus ab? Du findest im Zen eine offene Gemeinschaft. Auch du kannst der in der Tiefe eines jeden Menschen sich findenden Buddha-Natur innewerden. Aber ohne strenge Disziplin geht dies alles nicht. Sinnbild dafür der Erweckungsstock, dessen Schläge auf Rücken oder Schultern nicht strafen, sondern Müdigkeit überwinden, Verspannungen lösen und latente Kräfte wecken sollen. Der Zen-Buddhist braucht in der modernen Welt kein Leben zu führen, das von dem gewöhnlichen Menschen verschieden ist. Er kann auch so die Erleuchtung und die Flüchtigkeit, Unbeständigkeit, Leerheit aller Dinge erfahren. In der Welt sein und doch in Distanz von ihr. Und auch im Zen-Kloster besteht ja das Leben nicht nur in Meditation, sondern auch in Arbeit, in ganz gewöhnlicher Hausarbeit. Kein Dienst darf dem Zen-Münkt zu niedrig sein. Ein Bettelgang in die Häuser, hier eilig vollzogen, für Speisen und andere Gaben, ist heute in einer Stadt wie Kyoto freilich die Ausnahme. Meditativer Zen-Geist hat bis heute Einfluss auf japanische Malerei und vor allem die Gartengestaltung. Gartenanlagen im Zen-Geist sind unauffällig künstlerisch angelegt. In verhaltener Schlichtheit sollen sie Natürlichkeit, Einfachheit, Durchsichtigkeit ausdrücken. Ganz entsprechend dem Zen-Wort, die Bäume zeigen die Körpergestalt des Windes. Gärten sollen eine beruhigende Wirkung ausüben, eine zeitlose Stille. Auch im Steingarten soll dies zum Ausdruck kommen, dessen Kies hier mit viel Sorgfalt zu immer derselben Struktur geordnet wird. Sie soll ausdrücken Freiheit, offene Weite, Leerheit. Doch was heisst Leerheit? Der Paradigmenwechsel des grossen Fahrzeugs hat auch das Verständnis des Nirwana verändert. Das Nirwana soll nicht erst am Ende des Samsara, des Kreislaufs des Lebens erreicht werden, sondern mitten im Samsara, mitten im Hier und Jetzt. Die Dinge dieser Welt haben ja für Buddhisten ohnehin keine Beständigkeit, keine bleibende Substanz, kein unveränderliches Wesen. Und wer erleuchtet ist, erkennt, dass gerade diese Wesenlosigkeit das wahre Wesen des Universums ausmacht. Diese Erkenntnis soll zu einem Zustand mühelosen Seins führen, zu Weisheit, Gelassenheit, ja, Heiterkeit, mitten im Leben. Davon kündet ja auf vielen Darstellungen das lächelndes Buddha, der nach seiner Erleuchtung zwar noch leiden und sterben musste, für den aber Leiden und Sterben die Bitterkeit verloren hatten. Wer immer auch heute die Wirklichkeit dieser Welt als leer, substanzlos durchschaut hat, den können selbst Alter, Krankheit und Tod nicht mehr erschüttern. Er weist sich der Buddha-Natur teilhaftig. Leerheit ist das Wort, das der Kalligraf hier schreibt. Ist wer die Leerheit aller Dinge erkennt, auch jenseits vom Gut und Böse? Die Meditation kann ja zu höchst verschiedenen Zwecken gebraucht werden, von Mönchen, Managern, auch Politikern und Militärs. An welche ethischen Maßstäbe soll man sich halten? Da gibt es eine zweite buddhistische Schule, die eine eigentliche Liturgie kennt, genau geregelt vom Glockenschlag angefangen. Wer die totale Eigenverantwortlichkeit des Zen-Buddhisten für sein Heil eher unerträglich findet, der kann im Glaubensbuddhismus einen Weg finden, wo alles auf das Vertrauen zum Buddha, genauer den Amida-Buddha, ankommt. Von den verschiedenen Zen-Patriarchen des 13. Jahrhunderts hier oben auf dem Berg Jai hat der Begründer der wahren Schule vom Rheinland besonders viele Anhänger. Sein Name ist Shinran. Wie Martin Luther hatte er als Mönch erfahren, dass ihm die Werke traditioneller Frömmlichkeit kein Heil verschaffen, dass der Mensch aus eigener Kraft keine Erlösung finden kann. Shinrans Erfahrung, der Mensch soll auf eine andere Kraft vertrauen, soll sich ganz auf das Versprechen des Buddha Amida verlassen. Unendliches Erbarmen und Weisheit strahlt er aus und verspricht Eingang ins Paradies, das reine Land. Also statt endlose Wiedergeburten, die Erlösung schon jetzt, einfach durch ein gläubig vertrauendes Anrufen des Namens von Amida Buddha, wie es hier feierlich gesungen wird, Namu Amida Butsu, Verehrung dem Amida Buddha. In der Todesstunde sagt man, sei diese Anrufung besonders wirksam. Bestärkt werden die Gläubigen immer wieder durch die Lesung aus einer Schrift von Shinran oder einem Klassiker dieser Schule. Und diesen zufolge ist es besonders wichtig, zuerst seine eigene Schuld zu erkennen. Zuerst muss man seine tiefe Sünde erkennen. Das ist das Erste, was man machen muss. Nichts anderes. Auffällig ist, wie in dieser ganzen Liturgie alle aktiv beteiligt sind, Männer und Frauen. Auffällig auch, dass eine Frau zum Schluss die Predigt hält. Ich lebe jetzt am Ende des 20. Jahrhunderts, sagt sie. Finde in der ganzen Welt Unsicherheit und Zweifel. Was bedeutet da unser Leben? Wozu bin ich geboren? Darauf gibt Amida Buddha Antwort, schon jetzt darf der Gläubige aus dem Aufwachen, aus dem Tod, in einer Lotusblüte im paradiesischen, reinen Land Zuversicht und Kraft für das Alltagsleben schöpfen. Auf dem Berg Hiei war eine Zeit lang auch der Repräsentant der dritten grossen buddhistischen Strömung Japans, ein Zeitgenosse Shinrans. Es ist der Vertreter eines sozialpolitisch engagierten Budhismus. Michirel, einzigartig als prophetische Gestalt in einer im Grunde mystisch nach innen orientierten Religion. Weil er allzu exklusiv das Heil in der Rezitation des Lotus-Sutra begründet sieht, wird Michirel aus seinem Stammklosser ausgeschlossen. Doch er trägt seine Botschaft auf die Strasse, greift Zen- und Shin-Buddhisten an und wagt sogar, in Japan unerhört, die Regierenden öffentlich abzumahnen. In der Nachfolge ihres Begründers betont die Michirel-Schule die sozialpolitischen Aufgaben. Sie will nicht vertrösten, sondern hier auf Erden das Buddha-Reich errichten. Auf Michirel berufen sich heute die Millionen starken neuen buddhistischen Laienreligionen, die sich heute, anders als in den Zeiten des Nationalismus, zumeist für den Frieden in der Welt einsetzen. Unter einem guten Dutzend Universitäten Kyoto sind fünf buddhistischen Ursprungs. Schon 1639 gegründet, verfügt die Ryokoku-Universität über drei Campus mit rund 17.000 Studierenden. Ihr Emblem zeigt die drei Kostbarkeiten des Buddhismus, Buddha, Dharma und Sangha. Und ihre Hymne beginnt mit den Worten, Lasst uns hören auf den Dharma, unveränderlich durch die Zeiten. Diese Universität ist ganz und gar verwurzelt in Kyotos alte Tradition. Und dabei werden auch andere Traditionen behandelt, hier der Zen. Aber zugleich ist diese Universität mit ihren 16 Departments offen für die Herausforderungen der heutigen Zeit. Diese Schriftzeichen bedeutet Hoffnung. Japans ambivalente wirtschaftliche Entwicklung hat vielen Menschen gezeigt, dass das Materielle allein nicht genügt und Religion noch immer ein Hoffnungsfaktor ist. Im Buddhismus ist und bleibt die Meditation zentral. Aber auch im Buddhismus stellt sich das Problem des Verhältnisses von Meditation und Aktion. Und auch ein Zen-Tempel ist heutzutage gefragt, ob er im Fall einer Erdbebenkatastrophe hilft oder nicht hilft, was seine ethischen Standards sind. Ein Shin-Buddhist hat es etwas leichter. Er kann sich nach dem Amida-Buddha richten, dem Buddha des Erbarmens. Und insofern sind Shin-Buddhisten sozial von vornherein sehr engagiert. Und auch die neuen Religionen, die von Nichiren herkommen, die sind darauf festgelegt, im heutigen gesellschaftlichen Leben tätig zu werden. Und eine Gruppe, etwa Verisho Kosekai, ist nicht nur in der Dritten Welt aktiv, sondern auch in der Konferenz der Religionen für den Frieden. Was gemeinsam ist für alle Buddhisten und alle Japaner überhaupt, ist dieses ethische Kapital, das man in Japan vom Konfuzianismus her hat. Und da sind natürlich gewisse Pflichten selbstverständlich. Allerdings hat man in Japan sehr oft nur die Pflichten der Unteren gegenüber den Oberen betont. Und heute, angesichts sehr vieler Missstände, urgiert man nun doch mehr, dass auch die Oberen, die Politiker etwa, Pflichten gegenüber den Unteren haben. Und dass hier bestimmte elementare Normen der Sittlichkeit nicht lügen, nicht stehlen usw. ernster genommen werden. Insofern ist es ein Zeichen der Hoffnung, dass diese Idee einer allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten, welche die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ergänzen soll, gerade in Japan besonders Fuß gefasst hat, hier besondere Unterstützung gefunden hat. Der spezifische Beitrag des Buddhismus zu einem gemeinsamen Menschheitsethos ist, der Einzelne ist gefordert. Jeder muss den Weg selber gehen und dabei das Ich möglichst vergessen, sich in Selbstlosigkeit üben. Sie ist Voraussetzung für unbegrenztes Wohlwollen allen Lebewesen gegenüber. Ja, die Menschheit könnte mehr Mitgefühl, Friedfertigkeit, Gelassenheit und Toleranz im Geistes Buddha gebrauchen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!